Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das vierte Wort im Antrag der AfD ist, glaube ich, Russland. Man braucht nicht lange, um einen Unternehmer, einen Gründer von Telegram zu hofieren und als fast Heiligen mit hehren Ansätzen zu bezeichnen. Ich habe mich sehr geschämt, das muss ich lange sagen, als die sogenannten von den Medien so bezeichneten Russland-Connections der SPD verhindert haben, dass wir uns viel früher an die Seite der Ukraine gestellt haben. Aber wenn ich jetzt auf dem Höhepunkt der Eskalation diese Russland-Feierlichkeiten im AfD-Antrag wieder lese, dann wird mir schlecht. Das ist billige Propaganda und Provokation. Aber auch inhaltlich ist der Antrag mau. Vieles ist gesagt. Ich möchte nur anführen, dass beispielsweise in Telegram-Gruppen auch die Täter, die die Polizisten in Rheinland-Pfalz erschossen haben, sich haben feiern lassen. Auch das BKA sagt, auch das wurde angesprochen, dass Telegram ein beliebter Weg sei, mit Drogen zu handeln. Ob das jetzt die Erklärung ist für den dürftigen Inhalt und auch das Abfeiern von Telegram seitens der AfD, möchte ich nur spekulieren. Kollege Hinrichmann, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Abgeordneten von Kota? Gerne. Danke, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben behauptet, dass in unserem Antrag Russland abgefeiert wird und haben sich sehr abfällig über Pavel Durev geäußert. Ist Ihnen bewusst, dass dieser Mann Russland verlassen musste, weil er von der russischen Regierung unter Druck gesetzt worden ist, die Daten rauszugeben, weil er so unter Druck gesetzt worden ist, dass er um sein Leben fürchten musste? Und deswegen hat er mittlerweile auch eine andere Staatsangehörigkeit und taucht unter, weil er um sein Leben fürchten musste, weil er von Russland und von Putin weglaufen musste. Und Sie unterstellen mir, ich hätte im Antrag Putin gelobt und beleidigen diesen Mann, der für die Freiheit gekämpft hat wie kein anderes. Kann es sein, dass Sie unseren Antrag nicht gelesen oder nicht verstanden haben, Herr Kollege? Ich gebe zu, es hat schwergefallen, ihn zu lesen und ihn auch zu verstehen. Aber ich habe es tatsächlich getan. Und es taucht ja Russland relativ früh auf. Und Sie wissen auch, dass Telegram und die russische Regierung sich relativ zeitnah wieder angenähert haben. Und insofern wollen Sie jetzt nicht ernsthaft bestreiten Ihre Affinität zur russischen Regierung. Und ich meine, ich kann es ja nur ausweiten. Sie sind nach Syrien gefahren, Teile Ihrer Fraktion, haben Assad gefeiert. Dass Sie Putin hofieren bei jeder Gelegenheit, ist, glaube ich, auch jedem bekannt. Das ist schwach. Und ich finde, ehrlicherweise, wenn Sie schreiben, es ist Privatsache der erwachsenen Nutzer von Telegram, auch das noch mal als Ergänzung, dann finde ich es hier schon ziemlich schräg, was in Ihrem Antrag hier verbreitet wird. Also deswegen brauchen wir, glaube ich, über die Russland-Affinität nicht weiter zu sprechen. Telegram ist in der Tat ein Kommunikationsweg. Und es ist so ein bisschen vielleicht analog verglichen die Dorfkneipe, die per se nicht das Problem ist, sondern der Stammtisch, an dem vielleicht gepöbelt, beschimpft und beleidigt wird. Da muss angesetzt werden. Ich habe selber im Wahlkreis eine Kommune, die beispielsweise auch über Arbeit berichtet und das mit gutem Gewissen und auch mit guten Absichten tut. Und deswegen ist es richtig, ja, die Meinungsfreiheit hochzuhalten und zu schützen. Aber da muss eben auch Abwägung her. Wir sind in einem Rechtsstaat und da gelten Regeln und auch die Würde des Einzelnen, des Menschen ist eben abzuwägen. Und in Sachen dieses staatlichen Schutzanspruchs, muss ich mal so deutlich sagen, ist die Ampel aber ein Totalausfall. Und ganz ehrlich habe ich jetzt noch bei keiner Rede, in keinem Redebeitrag gehört, wie wir die Probleme, die alle zutreffend beschreiben, wie wir diese Probleme angehen. Und es ist ja so, die Ampel ist hier als Tiger gestartet im Dezember noch, Herr Buschmann, Frau Faeser, entschlossenes Vorgehen propagiert, bis hin zum Verbot und zur Abschaltung von Telegram. Herr Grötsch hat im Ausschuss für die SPD am 12.01. noch gesagt, das NetzDG hätte viel schärfer ausfallen müssen. Und dann hat man aber offenbar da den Anpacker nicht gefunden und hat in der Tat nach Europa geguckt. DSA, Digital Service Act, angesprochen. Positionen des Rates und des Europäischen Parlaments bleiben in wichtigen Punkten deutlich hinter dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zurück, so der Staatssekretär der SPD am 26.01. Und auf die Frage, was man denn tut, um dieses DSA, das Paket auf den richtigen Weg zu bringen, ist man jede Antwort schuldig geblieben. Die Ampel hat keinerlei Idee, was sie tun möchte. Und am 27.01. hat der Spiegel berichtet, Frau Faeser forderte drastische Maßnahmen, jetzt rudert sie zurück. Und am 4.02. die WAZ. Jubelmeldungen seien unangemessen. Faeser freut sich wie Bolle, Zitat, dass sich Telegram auf ein Gespräch mit ihr einlässt. Und das Gespräch nicht etwa, weil es eine schlagkräftige Bundesregierung in Deutschland gibt, sondern weil Google eine E-Mail Adresse an die Ampel, an Frau Faeser offenbar weitergeleitet hat, um überhaupt mal Kontakt zu Telegram herzustellen. Und dieses ganze Weichgespülte ohne Ansatz, wo uns gleichzeitig Experten sagen, dass Telegram nur ein Minimalprogramm angeht, was die Löschung von Hate Speech angeht, dass die AfD völlig lost ist und Anstand und Respekt in der Diskussion hier auch vermissen lässt, wurde deutlich. Aber liebe Bundesregierung, Sie sind jetzt 100 Tage im Amt. Ich glaube, insbesondere auch die betroffenen Familien der ermordeten Polizisten und andere von Hate Speech, Hass und Hetze betroffene Personen können erwarten, dass sie ihren Job machen. Und es reicht nicht, in Sonntagsreden zu fordern, dass Hass und Hetze entschieden bekämpft werden, wenn Sie an der Stelle nicht endlich konkret werden und uns sagen, was Sie vorhaben, um das zu unterbinden. Bislang habe ich hier nichts gehört. Den Antrag der AfD lehnen wir ab.